Jeder weiß doch, dass Kleidung von Modedesignern designt wird. Doch wie sieht es eigentlich mit Maschinen aus? Wie zum Beispiel mit Autos, Flugzeugen, Geräten aus der Medizintechnik sogar oder eben mit Verpackungsmaschinen? Mein Name ist Viktoria Karls und ich mache eine Ausbildung zur Technischen Produktdesignerin hier bei Focke & Co. in Pferden. Focke ist ein deutsches Maschinenbauunternehmen, das international vertreten ist. Wir produzieren Verpackungsmaschinen für Tabak, Lebensmittel und Hygieneprodukte. Als ausgelernter Produktdesigner oder Produktdesignerin arbeitest du eng im Team mit Ingenieuren und weiteren Produktdesignern zusammen, um an Projekten zu arbeiten. Du erstellst 3D-Modelle von Maschinenbauteilen unter Berücksichtigung von Kosten, Gestaltung und technischen Möglichkeiten und wählst die dafür notwendigen Werkstoffe, Normen und Montagetechniken aus. Du solltest für die Ausbildung mindestens einen Realschuhabschluss haben. Besser wäre jedoch ein Fachabitur oder Abitur und du solltest keine Scheu vor Zahlen haben. Es wäre gut, wenn du ein Gefühl für räumliche Darstellung und häufig neue Ideen hast. Focke ist ein guter Arbeitgeber für dich. Wir haben ein modernes Ausbildungszentrum, du wirst sehr gut und frühzeitig auf deine Prüfungen vorbereitet, bekommst ein sehr ansprechendes Gehalt und hier sind viele Mitauszubildende und Ausbilder, die dich auch unterstützen und begleiten. Die Ausbildung beginnt mit einem sechsmonatigen Metallgrundlehrgang, wo du die grundlegenden Fertigungsverfahren kennenlernst. Danach kommst du ins Ausbildungsbüro. Da lernst du unser CAD-Programm kennen, mit dem du dann arbeiten wirst. Nach ein paar Monaten wirst du dann in andere Abteilungen innerhalb von Focke geschickt, um ein besseres Verständnis von der Produktion zu bekommen. Komm auch du ins Team. Bewirb dich jetzt und sei dabei. Wir freuen uns auf dich.